Ich bin Fatih Korkut, ich komme aus der Türkei und bin heute hier, um euch bei euren Kampf gegen den Mursi zu unterstützen. Ich denke, jeder braucht eine solidarische Unterstützung. Wir sind eine Bewegung Tamarot, die habe ich bei Facebook entdeckt und ich bin einfach heute hier, um euch gegen diese diktatorische Regierung, euren Kampf für Freiheit, für Gerechtigkeit, für ein gutes Brot zu unterstützen. Ich denke, wir müssen einfach zusammenhören. Er ist Fatih, aus Türkei. Er ist hier, die die Mursi in Deutschland, um die Mursi in Deutschland zu bringen, um die Mursi in Deutschland zu bringen. Er ist hier, die Mursi in die Mursi zu bringen, um die Mursi zu bringen, um die Mursi zu bringen, um die Freiheit und die Freiheit zu bringen. Danke, Fatih. Bitte schön. What are you doing here today? We are supporting Egypt in all ways. We are friends of Egypt. My name is Susan Reisler, that's my husband. Edgar Reisler, hallo. And we are with you, Egypt, and we hope all will be peace and Mursi go. What motivated you today to come? We like to support our friends in Trier Square, and in Alexandria especially, and forseed. And we hope that all comes in a good way, peace way, and that he guns so fast as well. I hope so, yes. Thank you very much. Sorry, yes. Thank you very much.